hi leute und willkommen bei einer weiteren folge also viel spaß eure lissi hampermann sehe ich schon von draußen ja ganz weit oben ich würde gerne das andere gebiet hier level 28 bis 30 ja ich glaube da sitzen wir morgen früh noch hier ja bis wir dahin kommen aber da müssten wir außenrum weil ich glaube wir kommen ja noch nicht in die darkzone rein weil wenn du da drauf gehst auf auf darkzone 01 wird dir angezeigt stufe 10 bis 12 und du bist ja erst level 9 und ich bin jetzt level 7 oder 8 level 8 genau ich würde sagen wir gehen erstmal da oben hin genau ein kilometer gucken wie lange wir brauchen aber kommt man noch mal zurück zum anfang also zurück nach borklin ich glaube warum ja ich bin einfach weitergelaufen ich wollte einfach die paar missionen machen und dann weiterkommen ich habe mir die gegend gar nicht angeguckt ist nicht stimmt da gibt es absolut gar nichts sie müssen einschreiten ich werde in der zwischenzeit kreative visualisierung als form der fernunterstützung praktizieren ja unterwegs gehen wir da die kleine mission damit hier vorne ja genau einfach noch drauf ich erzähle nicht gut wie möchte ich nicht sie sie eigentlich sie 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 Ja, das war ja einfach, ne? Ich freue mich noch nicht, Ende. Ah, wir müssen nach drinnen reingehen, ja, genau. Wir müssen ja die Leute retten. Ich würde sagen, wir gehen hier lang, oder? Ah, und dann hier lang. Und dann hier lang, genau. War das der Weg? Ähm, wie, nein. Oder geh mal da lang? Doch, doch, hier raus, ja. Doch, doch. Ja, okay, sieh schon. Hast du dann doch recht gehabt. Achtung, neue Gegner. Ähm, wie bist du jetzt da hingekommen, Verfluch? Ach, du kannst da? Ja. Ja, okay. Okay. Womit schießt du eigentlich gerade? Ah, mit der AK. Okay, weil du schießt bei mir mit der Shotgun in vollautomatischem. Hä, okay. Auch gut. Deswegen war ich gar ein bisschen perplex. Der Sniper glaub ich, oder irgendwie sowas. Die Zwölfchen retten, wo sind die denn? Ja, da müssen ja irgendwo hier drin sein, ne? Oh, Fuchs! Da war ein Fuchs bei mir gerade. Okay. Weil wir es in der Wand verschonten. Hm, kein Loot. Müssen wir ihnen die Feinheiten der Meditation beibringen, um ihre Träume zu erinnern. Schnittfest Rucksack, so aber. Ordentlich Erfahrungspunkte und Leistungsschule 10 erreicht. Ja, ich muss erst mal die Sachen hier aufsammeln. Das ist ja wie sie macht. Okay. Oh, wer hat denn da hingemacht? Hör mal. Wuff, wuff. Kommst du mit uns, ja? Ich herrte dir. Komm mit. Ich kann es nicht tun. Schneller tot als wir. Werden. Das sieht sehr interessant aus. Ah nein, wir müssen ausdauen. Es gibt viel zu tun im Spiel. Ja, sehr viel. Eine Rache. Ja, wenn man die umbringt, bekommt man EP dafür, ne? Also so war das halt in der Beta. Loot. Loot? Ach da. Loot. Werkzeuge. Zum Türenknacken und so weiter und so fort. Ja, hier ist gleich definitiv etwas. Oh, werben. Ah, da braucht jemand Hilfe. Bitte sehr. Ah, hab ne Wanderjacke bekommen dafür. Hörst du hier. Hörst du. Hörst du. Achtung, Gegner. Äh. Die sind auf der anderen Seite. Ne, auf der linken Seite auch. Hm. Überall. Lass uns mal hier lang gehen. Okay. Na, lass mal schauen, was hier abgeht. Na, guck dir mal an, wie das hier aussieht, ne? Einfach nur, wow. Auf der Teil Verliebtheit. Wir könnten ja hier lang gehen. Hier lang ist wo? Ach, da. Aber ich meine, hier sind irgendwo Gegner. Kommen wir denn hinten wieder raus? Wir sind hier, wir müssen ja jetzt normalerweise irgendwie in der Lagerhalle. Ach, die Gegner sind da auf, äh, da vorne, genau. Ach, die wollen wir uns. Ja, die sind auf deinem Level, ne? Also. Obwohl. Die sind doch relativ einfach. Hm, hm. Muss ich gerade sagen. Mama, da liegt ein Handy. Ein Handy? Hm. Hm, Telefonaufzeichnung. Wo ist das? Da. Du musst einfach kommen. Was ist so toll an dem Laden? Oh mein Gott, das ist unglaublich. Es ist wie in einem Krankenhaus. Man sitzt im Rollstuhl und trinkt aus Infusionsfläuchen. Und das Essen bringen wir dir eigentlich fest. In Depth. Kommen wir hier rüber? Nein. Das ist doch das Geschmackloseste überhaupt. Ah, hier lang. Entweder wir sind direkt. So, haben wir schnell hier recht rum. Wenigstens esse ich nicht auf Bett fanden, bitch. Wechsel mal die Waffen. Gucken, ob du dann mal wieder zur AK wechselst. Du hast die gerade, wie gesagt, die ganze Zeit die... Ja, jetzt hast du wieder eine andere Waffe in der Hand. Also du hast die ganze Zeit die Shotgun und vollautomatisch, da sieht irgendwie komisch aus. War mal? Elektronikteile. Elektroteile in Elektronik. Nee, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Erstmal nicht. Ich bin gerade nervös. Ich weiß nicht, was rauskommt. Eine Million Gegner. Es brauchen nicht mal eine Million kommen. Es reicht, wenn es... Ja, oder einer. Neuer Kampf... Gladenlieferung. Ja, da rechts. Das gelbe. Oder? Da oben. Ja, lass mal mitnehmen. Ja. Warnung. Feindkraft in Ehrensicht. Geht's gar nicht hoch. Schade. Hm? Hm. Warnung. Feindkraft in Ehrensicht. Na komm doch mal. Ja. Aber von wo? Hm. Ah, da. Bereich gesichert. Na, das war doch einfacher als gedacht, ne? Eigentlich schon. 6.000 Erfahrungspunkte. Seht an ihrer Position und startbereit. Nicht ohne. Seht aus, wir sind noch weit weg. Ja, 0,3 Kilometer, ne? Wir könnten ja auch hier lang. Ja. Genau. Genau. Oh. Boom. Ja, hier ist schon weitaus größer. Das ist Agentenspur-Folgen. Ach, da lang. Zeigt ja rechts. Da rein. Ja. Hier rein irgendwo. Und dann, äh... Ach, einsammeln, okay. Ist ja lustig, ne? Ich höre nur, wie du Kisten öffnest, aber nichts sagst. Ja, müsste die doch auffallen, oder? Hier, take what you need. Komm mal hier hin. Nein. Hä? Ich hab denen seinen Loot geklaut, ja. Take what you need. Mach der Arme. Können wir die auch umbringen? Nein. Nein. Äh, Gegner. Boom. Granate. Okay. Wo kamen die denn her? Mina, oder Falle. Verbrechen sie den Waffenhandel? Ähm. Hä? Hm, tot. I need help. Danke sehr. Jo. Hä? Oh, wieder tot. Warum? Ja, da war ein Camper, oder so mit einer Pumpgun, oder, oder, keine Ahnung, ja. Mit einem Ultra... Mega... MG... Keine Ahnung. Hör mal fragen. Ja. Oder es war nur eine Biene. Man weiß nicht, ne? Man muckelt. Äh, Handy? Hier. Mhm. In der Ecke noch was? Okay. Ui. Kann sich sehen lassen. So macht er stehen. Neue Gegner. Hör mal. Warnung. Gegner nähern sich. Warnung. Wie denn? Wieso? Er provisiert die Sprengfuhrrichtung entdeckt. Danke. Mhm. Ey, ey. Kill der macht. Der hat mir nicht leben. Hat der einen Schaden gemacht? Ja. Warnung. Feindkraft in Ehrensicht. Er provisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Äh, wieso denn? Komplett tot. Toll. Du kannst nichts machen, ne? Geh lieber weg. Ähm. Ah. Ach, scheiße. 0,7 Kilometer. Toll. Ja, lass mal ganz nach oben. Mhm. Hä? Ich muss bei der Operationsbasis spawnen. 0,9. Ähm. Ich weiß wieso. Oder? Ah ne, das kann ja gar nicht sein. Aufzeichen. Du warst ja vorhin auch hier in der Safe-Zone. Also man kann ja nur dahin, äh, gehen, wo man, äh, das Gebiet bereits entdeckt hat. Also die Safe-Zone, die man bereits entdeckt hat. Aber du bist jetzt, ne, du bist, du bist da hinten irgendwo. Hm. Ja, vielleicht hat das bei mir aus irgendeinem Grund nicht gezählt, einfach. Egal, nochmal. Dauert auch voll lange. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ja, die waren schon knifflig. Mhm. Wir hätten ja auch dahin gehen können, wo die Maximallevel sind, ne? Ja, ja, die waren. Alleine, ne? Schaffst du schon. So. Äh, Gruppenmitglied. Ah, da vorne. Okay, gut. Ich eile. Mhm. 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 Das ist ein Wolfpacker.